DW Deutsch lernen mit Nachrichten Samstag, 20.10.2018, 9 Uhr in Deutschland. Saudi-Arabien bestätigt Tod des Journalisten Khashoggi. Mehr als zwei Wochen nach dem Verschwinden von Jamal Khashoggi hat Saudi-Arabien eingeräumt, dass der Regierungskritiker im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden ist. Er sei an den Folgen eines Faustkampfes mit mehreren Personen gestorben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SPA. 18 saudische Staatsbürger seien festgenommen worden. Die Ermittlungen liefen noch. Zum Verbleib des Leichnams gab es keine Angaben. Der Vizepräsident des saudischen Geheimdienstes und ein Berater von König Salman wurden entlassen, wie SPA weiter mitteilte. Afghanen wählen neues Parlament. Mit mehr als drei Jahren Verspätung hat in Afghanistan die Parlamentswahl begonnen. Zehntausende Soldaten und Polizisten sind im Einsatz, um die Abstimmung zu sichern. Wegen der angespannten Lage konnte jedoch ein Drittel der Wahllokale nicht öffnen. Die radikal-islamischen Taliban hatten im Vorfeld mehrere tödliche Anschläge verübt und weitere Gewaltakte angekündigt. Mehr als 2500 Kandidaten bewerben sich um die 250 Sitze in der Abgeordnetenkammer. Das vorläufige Ergebnis wird für November erwartet. Die Abstimmung war wegen Verzögerungen bei der Wahlrechtsreform mehrfach verschoben worden. Migranten stürmen Grenzposten zu Mexiko. Etwa 1000 Flüchtlinge aus Honduras haben von Guatemala aus die Grenze nach Mexiko durchbrochen. Sie überwanden mehrere Absperrungen und gelangten auf mexikanisches Territorium. Zuvor hatten Polizisten und Soldaten mit gepanzerten Fahrzeugen vergeblich versucht, die Menge aufzuhalten. Insgesamt harren mehrere tausend Migranten im Grenzgebiet aus. Ihr Ziel sind die USA. Honduras gehört zu den Ländern mit der höchsten Gewaltrate. Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung leben in Armut. US-Staatsanwaltschaft klagt Russin wegen Wahleinmischung an. Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Virginia hat eine Russin wegen mutmaßlicher Einmischung in die bevorstehenden US-Kongresswahlen angeklagt. Es handele sich um eine 44-jährige Frau aus St. Petersburg mit dem Namen Jelena Husjanova, teilte das Justizministerium mit. Husjanova soll die Buchhalterin einer umfassenden Kampagne zur Wahlbeeinflussung gewesen sein. Die US-Sicherheitsbehörden sind davon überzeugt, dass Russland sich in die US-Präsidentenwahl 2016 eingemischt hat und dass entsprechende Versuche andauern. Mazedoniens Parlament stimmt für neuen Namen. Das Parlament in Mazedonien hat den Weg zu einem neuen Staatsnamen freigemacht. Mit einer Zweidrittelmehrheit beschloss die Volksvertretung in Skorpje, entsprechende Verfassungsänderungen auf den Weg zu bringen. Der Balkanstaat soll demnach künftig Republik Nordmazedonien heißen. Der Nachbar Griechenland bestand wegen seiner gleichnamigen Provinz im Norden des Landes seit fast drei Jahrzehnten auf einer Namensänderung. Als Druckmittel hatte Athen jede Annäherung Mazedoniens an die NATO und die EU blockiert. Italiens Kreditwürdigkeit knapp über Ramschniveau Die Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit Italiens wegen der geplanten Neuverschuldung um einen Punkt herabgestuft. Die langfristigen Verbindlichkeiten würden nur noch mit BAA III bewertet, teilten die Bonitätswächter mit. Die nächst niedrigere Stufe wäre das Ramschniveau. Moody's begründete die Entscheidung mit einer erheblichen Schwächung von Italiens Finanzkraft. Es habe negative Auswirkungen auf die Wachstumsaussichten des Landes, dass strukturelle Reformen blockiert würden. Der Haushaltsentwurf der rechtspopulistischen Regierung sieht für 2019 ein Defizit von 2,4 Prozent vor. Soweit die Meldungen von Samstag, dem 20.10.2018.